Moin Moin, hier ist der Zapp und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt mit dem Blockbuster Event und der Quest Alleskönner Jack. Die Sanitärleitungen in der Heimatbasis sind eine tickende Zeitbombe. Hilft Jack alles zu sammeln, um eine Katastrophe abzuwenden? Suche in Industriezonen nach mobilen Toiletten. Nun bin ich hier überhaupt nicht in der Industriezone, aber eine mobile Toilette gibt es hier trotzdem. Hier steht ein Dixi-Klo. Und da kommen dann Biomüllverarbeitungseinheiten raus. Wer noch dreimal den Mord überquert, wird es eine höchst unhygierische Situation in der Heimatbasis geben. Oh, richtig. Ich vergaß, wie eklig die Leute sind. Nicht rotrödeln. Wir haben nicht viel Zeit. Sammeln die Bioabfallneutralisationsflüssigkeit. Ich brauche sie für die Reparatur. Okay. Wir haben ein Klo-Problem. Und Sanitär Jack will uns dabei helfen. Da an der Quest extra dran steht, in Industriezonen, bin ich hier wahrscheinlich völlig falsch. Darum geht's dann gleich auf der nächsten Map weiter mit mehr Klogeschichten. Bis gleich. So, hier geht's dann weiter. Neue Map. Neue Dixi-Kloes. Und im Bergwerk in Weideland aufgetaucht. Und da gibt's auch wieder Biomüllverarbeitungseinheiten. Gute Arbeit. Und zudem gerade rechtzeitig. All dieses Geräte von Helden und Superhelden hat alle in der Heimatbasis Kibbe gemacht. Du vergisst, wer die wahren Helden sind. Helden machen die Arbeit, die niemand machen will. Aber jeder ein erledigt haben will. Sie stolzieren nicht in Strumpfhosen herum. Es sei denn, es ist das Bedürfnis der Gemeinschaft geworden. Können die Leute nach Theater- oder Renaissance-Festivals schreien oder ähnliches? Okay. Theater- oder Renaissance-Festivals haben wir hier jetzt nicht ganz so viele. Aber wir haben noch ein Dixi-Klo. Und da kommt nix raus. Okay. Ich hatte die Map schon abgeguckt. Mehr gab's hier jetzt nicht. Also dann gehöre ich weiter auf den nächsten Map. So, ganz enthusiastisch. Noch ein Dixi-Klo gefunden. Und da ist auch noch einmal Biomüllverarbeitungseinheit. Ich würde sagen, dass das Daniel als haftigster Held ist. Bescheiden, gemütig und klaglos im Angesicht von Widrigkeiten. Okay, das war dann schon der ganze Spruch, wenn ihr so viel zu erzählen gehabt. Dann schauen wir mal weiter. So, neue Map, neues Glück. Und hier gibt's Toiletten-Glück, sozusagen. Ja, Dixi-Klos. Und da kommt auch Biomüll raus. Nee, Biomüllverarbeitungseinheiten. Ich habe mir die Pläne für die Heimatbasis angesehen. Wahnsinn. Wir waren nur Augenblicke davon entfernt. Ach, still jetzt. Es ist unter Kontrolle. Oh, du bist mein Held. Mache nur meine Arbeit, Ma'am. Mache nur meine Arbeit. Mann, gut, dass der Hausmeister seine Arbeit macht. Alles ist repariert. Aber, Kommandant, ich habe das Register der Heimatbasis überprüft und... Sanitär-Jack ist seit 20 Jahren tot. Herr Felix, doch, als ich habe dir gesagt, es war auch der Name meines Vaters. Richtig, habe ich vergessen. Tut mir leid. Ich dachte, das wäre wie in einer Spuk-Geschichte. Aber gut, dass der Hausmeister kein Spuk-Gespenst ist. Das war unglaublich. Gut, ich hoffe doch, dass ich gute Arbeit mache. Und wenn ihr auch der Meinung seid, könnt ihr immer unter dem Video auf die Daumen klicken. Und ansonsten schaut ruhig mal in die Videobeschreibung. Da gibt es eine Menge Infos zu mir, zum Spiel, zum Kanal. Aber auch zu meinen Social-Media-Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook, etc. Die Steam-Foto gibt es auch. Wenn ihr Lust auf sowas habt, könnt ihr da ja mal reinklicken. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht in Fortnite. Rette die Welt. Ciao, ciao, euer Zap.